ist der brennschritte? ja ich bin das komm aber aus einer anderen richtung weiß nicht wo du bist ich spring also dann bist du doch so, hä der ist dann da hochgelaufen, ist der Uwe oder was? der Uwe läuft da oben am Buckel rum ich hab mal ne falsche Adda dabei, ich folge Posten Adda, Adda ah die läuft auf der Straße, äh auf der Stelle Servo-Connection lassen, ach ich krieg's kotzen jetzt wieder da, ne jetzt, äh Bisschen Spooky toll Hallo, wie sieht's aus? Leid noch ich hab völlig auf der Stelle gehen Chris macht den Moonwalk, vorwärts, auf der Stelle Oh, das ist alles Resort oder Stadtwerke na wo es gerade von der Richtung eher Stadtwerke angehört hat Machen wir jetzt in den Punktturm oder? da links hoch ja, da links hoch Radar was? sind schon welche da oder was? ich meine ich höre Scavs, aber ich weiß es nicht genau am Turm ist ein Scav down down da ist noch mal einer ich geh ein bisschen links auch hoch da ist schon braucht den Scavs, aber ist es egal ne, schießen ne, schießen schießen, wenn's, wenn's geht holy da ist einer rechts neben dem Turm ich bin hallo, wo, wo schießen wir? schießt du woanders noch einer oder? ist er in dem Gebäude irgendwo? holy fucking Macaroni, Alter bist du das, was du schießt? nein wo bist du? ich lieg hier links neben Chris verarzte mich grad an dem Hügel ein bisschen ich bin mir nicht sicher also ein Scav war auf jeden Fall links neben dem äh rechts neben diesem Gitterturm und ich mein etwas hat doch erhöht auf mich geschossen aus dem rechten Betongebäude vielleicht ne, das hat sich hier so angehört als wär's hinter diesem Betongebäude ja, kann auch sein ich bin nämlich runter gegangen da hat mich das immer noch gehittet ha ich lauf hier oben rum aber mich bleibt nichts angeschossen ja, jetzt grad wird auch nicht mehr geschossen und es hat sich irgendwie angehört ob alles von weiter rechts irgendwo vielleicht was kommt oder irgendein Sniper von hinten ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher über den Scheller gekriegt ist der eine Scav down, oder was? beide ja, ist Scav schon down ich frag dich halt auch, warum ich die nicht down kriege kann man nicht durch diesen Zaun schießen doch schon Schüsse hinten, hinten, hinten ja, vom Radarturm hinter uns ja, du hast recht Uwe wo war das? Richtung Radarturm irgendwo ja komm, dann lass aber hier lass bisschen das soll kommen ich geh mal rein ich geh mal rein du bist du rein oder was hoch? ja, rein und hoch jetzt Chris, bist du oben? ich bin auch hier und da wo wir hochgelaufen sind ich muss mich verarzt ja, ich hänge hier auch noch rum weiter links ich komm hier grad nicht weg hat der noch Schuss fällt auf dich? wahrscheinlich nicht sonst würde er schießen ne, ich ich lieg direkt an den Baum ich bin links von dir ähm ah, die Performance holy crap ja, die ist halt dann mal am Einbrechen ich bin jetzt ganz oben siehst du, wenn die hier rüber kommen wollen von dort, wo du bist ja, ich weiß nicht ich muss erstmal rausfinden wo die überhaupt sind ja, keine Ahnung, Alter ja, circa halt die Richtung aber kein genauer Call irgendwo wenn er schlau ist, bewegt er sich halt jetzt nicht aber eigentlich müsste er auf mich freies Schussfeld haben und mich übel jetzt rausnehmen können aber macht's nicht oder verschiebt kann irgendwie hintenrum weg ja, ich der wird mit Sicherheit verschieben das ist A und O bei Tag auf auf mich wurde geschossen jetzt muss schallgedämpft sein ich hab nichts ja, war schallgedämpft war schallgedämpft nah oder weit ja, keine Ahnung wo keine Kugel vorbeifliegen sind von welcher Seite weiß ich auch nicht ich hab aus der Seite wo wir grad schon beschossen wurden ich würd an unserer Stelle nach vorne mal abhauen ja, Schüsse, 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 Schüsse ich bin rausgelaufen aus dem Gebäude und bin rumgefallen ich bin down echt jetzt das letzte Mal hab ich gehört Jasmin, vielen Dank für die 100 Bits was geht ab wie war dein Stream also von der Art Uwe in die Richtung wurde puchsched rechts von dir echt jetzt? ich bin aus dem Gebäude rausgekommen und wurde direkt beschossen also hier das Betongebäude war schon drin oder was? ja, 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 genau bleib in Bewegung ich geh mal rechts ein bisschen Richtung den Stromding ja, da aus der Richtung können es gekommen sein Schüsse auf mich? ja, von dem Strom von dem Strom ich leg mich hin irgendwo von dem Strom ja, das ist das ganze Problem grad ich sag gerade Jörg ich bin Gold 4 ja, ich hab's schon gelesen ja, ich hab's schon gelesen du mich nur einmal verbinden dann bin ich auch wieder da gut gemacht Schatzi ich bin rechts von dir im Gebüsch zwei Kratzer zum Pisser die haben uns bestimmt umlaufen ja, der Schüsse ich pushe nach rechts mal weg bisschen rechts hinter dem Hügel ich versuch mal ein bisschen zum Laufen ich bin jetzt Chris hinter dem Strommast wenn du zu dem Strommast guckst da versuch ich den zum Laufen oder zu filmen aber wenn nicht zu fliegen wird es ist lautest du was du machen kannst ja, ich laufe jetzt nochmal ja, ich seh'n ich hör'n, ja wo, wo, fuck das sind zwei, man einer links vorne und einer irgendwo rechts ja, da wurde jetzt Hochlaufschule sind sie irgendwo wir müssen in Deckung wir müssen in Deckung die dürften mich nicht auf dem Schirm haben, dass ich hier bin wenn ich jetzt ins Gebüsch bin, hören sie mich ja, wenn ich jetzt ins Gebüsch gehe, hören sie mich safe ja, wenn ich jetzt ins Gebüsch gehe, hören sie mich safe ihr könnt jetzt nicht zum Looten die Geier oder was? das will ich nicht den Gang ist nicht auf dem Schirm denn, weil sie genau hatten sie, dass die immer wissen, dass da drei waren oder die haben für Pissarino gemacht? nein, glaub ich nicht nein, glaub ich nicht nein, glaub ich nicht Chris, du warst jetzt links vorm Stromass, gell? Ja. Warte, ich muss mich auch jetzt hier. Ja, da irgendwo gibt es die Schwache, Uwe. Da, die Straße entlang und dann irgendwo rein. Einer down. Nice. Fuck, Mann. Eigentlich genau richtig umlaufen. Das ist die Kunde zu spät geschossen. Ja, Mann. Mach's halt. Da halt es gleich, wo du geäumt hast, sofort alt drücken, dass du noch ruhiger schießt. Ja, und direkt schießen einfach gar nicht, dass sie in Scope gehen. Nee, du musst schon scope und dann alt drücken, dass er dann ruhiger schießt. Das haben sie rausgemacht, dass du nicht mehr scopen kannst schon. Was? Ich hab keinen Kill. Geh, dann war der eine noch überlebt, oder was? No way. Vielen Dank.